Im letzten Jahr haben wir uns auf den Weg gemacht mit der Aldi Verpackungsmission. Unser Motto ist da ganz einfach, vermeiden, wiederverwenden und recyceln. Wir haben uns ganz klare Ziele gesetzt. Bis 2022 wollen wir alle unsere Eigenmarkenverpackungen recyclingfähig gestalten. Das geht natürlich nur mit starken Partnern und die Tech Founders, die heute hier dabei sind, sind natürlich ein starker Partner, mit dem wir diesen Weg gehen wollen, um unser Ziel zu erreichen. Tech Founders bietet den Unternehmenspartnern den Zugang zu innovativen Tech-Startups und auch die Möglichkeit, mit diesen Startups dann gemeinsam Projekte aufzusetzen. Es hat super viel Spaß gemacht mit all den anderen Startups sich vor Aldi zu präsentieren, die Ideen mal vorzustellen und dann anschließend auch das Feedback von Aldi zu bekommen zu den Konzepten, die man entwickelt und diesen Austausch zu machen. Ich glaube, dass Aldi ein starker Partner wäre einmal, weil wir mit Aldi gut skalieren könnten und eine breitere Kundenbasis bekämen und weil der Genius von Aldi ähnlich unserem Unternehmen ist, nämlich dass wir einfache Lösungen und einfache Produkte anbieten wollen und damit das Leben der Menschen besser machen wollen. Für uns als Traditionsunternehmen ist eine Kooperation mit einem Startup einfach eine Win-Win-Situation. Wir erwarten uns innovative Lösungen und Ideen, denn es geht nicht nur darum, am Wettbewerb mitzuhalten, sondern wir wollen natürlich Trend setzen und vorne mit dabei sein und da erwarten wir uns einfach eine erfolgreiche Kooperation mit einem Startup. Musik 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 Musik